So, ich weiß jetzt nicht, ob das hier überhaupt rüberkommt. Hier fährt ja im Moment keiner, weil wir in Außenbezirken sind. Aber hört man das von der Stadt hierher? Ich hoffe, man kann es hören. Jetzt kommt doch einer. Die fahren jetzt alle in die Stadt. Ich glaube, fast in der Stadt ist die Hölle los. Okay, aber ich muss morgen früh arbeiten. Und deshalb... ...mach ich jetzt aus. Also jetzt.